Ach Mensch, da seid ihr ja schon wieder. Moin, ihr Baggerlooten. Entschuldigung, das musste mal sein, so das wollte ich auch mal machen. Also, wir sind hier immer noch in der Testkammer von Recent, Leerzeichenpunkt Snowfall, also kurz Snow. Und wollen hier Dinge machen. Warte mal, warum ist die denn jetzt nicht mehr... What? Die war doch eben gerade noch auf. Der... Eh? Hä? What? Au. Ah, okay, jetzt öffnet sich die. Warte mal. Aber jetzt ist die andere weg. Hä? Jetzt ist die auf. Au, au, au. Warte mal, muss ich die nur weg machen? Nee, äh? Warte mal, das war doch gerade ganz anders. Hä? Hä? Okay, jetzt komme ich wirklich durch den Tüdel. Gott sei Dank habe ich zwei Folgen draus gemacht. So. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt getan habe. Und hier, glaube ich, darf ich nicht reinfallen. Aber ich komme hier nicht weiter. Äh? Äh? What? Was? Was zur Hölle? Irgendwas tue ich damit. Ich weiß aber auch noch nicht was. Ähm. Pass mal auf, ich mache mal so. Hüpfe mal wieder ganz gescheit rüber. Oder halt nicht. Och Mann. Mann. Was soll die Kacke? Oh, nein. Oh. Ja, geil. Die ganze... Äh. So. Machen wir das mal so. Und jetzt werfe ich den direkt runter. Lass mich in Ruhe. Sag mal. Warum trifft der denn? So, jetzt ist er hin. Alter. Finne. So. Okay, wir sind hier jetzt ein bisschen weiter. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, wo, was, aber... Irgendwie haben wir das jetzt. So. Komm mal zurück. Dankeschön. Äh? Warte mal. Nee. Ach, ich muss den da hinten drücken, ne? Ja, guckste. Okay. So, ich bin immer noch ein wenig irritiert. Und jetzt hier lang. Das haben wir jetzt schon gelöst gehabt. Das weiß ich. So. Dann soll ich den hier unterbrechen, damit der aufgeht. Dann kann ich mir den Kumpel holen. Da muss man auch erstmal draufkommen auf den ganzen Kladderadatsch hier. So. Dann holen wir uns den. Würde das jetzt auch schon aufgehen? Ja, Tatsache. Guck mal. Ich weiß noch nicht, was ich hiermit mach, dadurch, dass ich die... Ach, warte mal. Dadurch öffne ich wahrscheinlich diese eine. Und wenn ich jetzt den hier mach... Ich weiß nicht, was ich hiermit mache. Pass auf. Den schieße ich da hin. Äh, warte mal. Wollte ich das jetzt so? Ich glaube, den werde ich jetzt einmal hierhin stellen. Werde den machen. Hol mir den zurück. Warte mal. Brauche ich den? Ach, warte mal. Guck mal. Das wäre doch hier auch. Na, dann ist das doch eigentlich egal, oder nicht? Pass mal auf. Wenn ich den da mal so... Na? Ich wollte dich eigentlich ein bisschen mehr da hinten hinhaben. Ja, okay. Machen wir so. Warte mal. Dann kann ich ja aber doch auch bestimmt dann... Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. So, egal. Komm, pass auf. Den weg. Den wieder mitnehmen. Will ich mal gucken, ob ich da reinkomme. Wohin? So. Okay. Was habe ich hiermit jetzt? Hiermit habe ich hier was geöffnet. Ah, was ist hier denn los, Mensch? Sag mal. Gänge. Meter. Doch, was ist hier denn? Sag mal, was ist mit dir denn kaputt? Was soll ich hier denn machen? Und dass ich so langsam bin. Hallo? Okay. Da komme ich doch nicht durch, oder? Verarsch du mich jetzt? Und hier ist auch irgendwas. Ach, hier soll der Laser dann hin, ne? Das heißt, ich brauche zwei Dinger. Der Laser feuert dann hier nachher raus. Okay, dann befürchte ich, muss ich jetzt den ganzen Weg noch einmal zurückrennen. Ich brauche zwei Cubes dafür. Dein Ernst? Und ich weiß noch nicht mehr, wofür ich jetzt die anderen da, die anderen Schalter da irgendwie hätte setzen müssen. Vor allem, wie soll ich das denn hier anstellen? Weil wenn ich den hier wegnehme, geht die Tür wieder auf. Das erklärt mir doch mal einer. Wie soll ich denn das machen? So, okay. Wir tauschen aber einmal. Ich hätte nämlich gerne den dabei. Den soll man ja mitnehmen. Haben wir gelernt. So, pass auf. Dann nehme ich erst einmal den mit. Damit öffne ich das. Ach, muss ich gar nicht. Ich muss nur den einmal jetzt da hinbringen. Den muss ich jetzt einmal nach oben bringen, damit ich den offen habe. Und dann muss ich gucken, dass ich den anderen wieder wegkriege. Oder? So, und dann muss ich den anderen gleich wieder herholen. Das ist jetzt nur die Frage, wie ich das jetzt gleich anstelle. Ich muss also wieder zurücklaufen. Ich darf jetzt nicht drücken, weil sonst habe ich, glaube ich, ein Problem, oder? Nee, das wäre alles nicht gut. Ich muss einmal zurücklaufen. Denke ich jetzt. So, warte. Weg, weg, weg. Oh, Hirnschmalz, anstrengend. Hirnschmalz, so. You lauf den Weg die ganze Zeit. Das ist voll weit weg. Ich weiß das auch nicht. Okay. Würde ich denn, wenn ich den habe, wieder zurückkommen? Ja, würde ich. Das bedeutet, wo ist der Freund jetzt nochmal? Der ist da drüben. Halt. Halt. Freund der Sonne, du kommst bitte mal mit. Nein. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Das heißt, den Kollegen muss ich erstmal wegkriegen. Den kann ich mir holen. Den kann ich mir holen. Ich muss jetzt nur einmal den Weg zurückgehen. Würde ich jetzt so behaupten. Ich muss den Weg einmal zurück. Da oben drücken. Dann werde ich, ich muss hier, glaube ich, ganz viel hin und her laufen. Aber dann sollte es wohl funktionieren. Wenn ich mich nicht... Ich komme hier ja nicht durch. Wie komme ich da jetzt hin? Zur Hölle. Wie komme ich da jetzt hin? Das ist jetzt alles gar nicht so leicht, wie man sich das gerne denkt. Vor allem befürchte ich gerade einen ganz, ganz schweren Fehler gemacht zu haben. Dann öffne ich doch den auf der anderen Seite, ne? Ach, ich glaube, das war jetzt richtig doof. Ach, Mann, ey. Komm doch jetzt mal drauf auf die Idee. Ich habe den einen jetzt da oben, den einen Cube. Den anderen könnte ich kriegen, wenn ich da oben wieder rankomme. Ich komme da oben aber gerade nicht ran. Weil Gründe. Kannst du mir das mal erzählen, was ich jetzt machen soll? Weil so komme ich da ja jetzt nicht raus. So gar nicht, ne? Nee. Okay, pass mal auf der Kinn. Was mache ich denn mit dem da? Den habe ich gedrückt, damit der da oben weg ist. Okay. Das haben wir gelernt, das wissen wir jetzt. Und da oben hing ich fest an der Stelle. Befürchte, ich werde mich gleich doch noch einmal killen müssen. Warte mal. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mich verbaut habe. So, davon können wir schon mal ausgehen. Wo ist denn jetzt der andere? Ach so. Ja, warte mal. Den kann ich mir ja dann eigentlich auch schon direkt holen, oder? ihn hier hinstellen. Mit dem loslaufen. Ich glaube, das ist scheiße, oder? Au. Von wo? Warte mal. Ach, der schließt auch in diese Richtung. Das ist natürlich auch blöd. Blau. Heißt orange. Ich hätte noch die Idee, ob ich von da oben gleich vielleicht irgendwie wegkomme. Ich weiß es noch nicht. Blau haben wir da. Ich müsste doch rein theoretisch von hier aus jetzt. Dann komme ich aber nicht mehr zurück, oder? Wenn ich den öffne, mache ich da oben das Tor auf. Okay, was mir aber nichts nutzt. Nein! Das war, glaube ich, richtig doof. Oh, wie doof das war. Da kann ich mich rein theoretisch ziehen lassen. Aber das nutzt mir hier auch nichts. Oh, scheiße. Warte mal, aber da ist die Tür jetzt offen. Aber ich muss mit dem Laser doch noch irgendwas machen. Was muss ich denn mit dem Laser hier machen? Irgendwas muss ich da machen. Oder geht dann die hintere Tür da nicht auf, oder? Was? Das, pass mal auf. Bin mir nicht so ganz sicher, aber... Na? What, 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 what? Warte mal, dann noch mal ein bisschen höher. Nein! Warum so früh? Warte mal ein bisschen höher. Why so serious? Nein! Na komm, schalte um, Baby. Ich werde das auch in dieser Folge nicht schaffen. Das gibt es doch nicht, oder was? Das ist doch blöd, ist das doch. Ja, nein, 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 nein. Mann. Ich hoffe, das läuft nach einem Time-Up und nicht nach irgendwas anderem. Ich habe mich ein bisschen durchgescheatet, würde ich behaupten. Ich werde für mich gleich noch mal spielen und mal gucken, was das mit dem Laser da noch auf sich hat. Das würde ich gerne wissen. Das interessiert mich schon so ein bisschen. Aber auf jeden Fall, es hat irgendwie funktioniert. Es tut mir leid. Aber ich habe es halt mal wieder auf nicht so gedachte Weise geschafft. Naja, aber ich habe es halt geschafft. Geschafft ist geschafft. Lieber Recent-Lehrzeichen-Punkt-Snowfall. Entschuldigung, aber es war eine nette Kammer. Es war eine nette Kammer. War auf jeden Fall auch nicht easy. Dementsprechend, wir gucken mal. Pass mal auf. Beenden unsere Download-Liste. Wenn du, lieber Zuschauer, wer auch immer du jetzt bist, diese Folge siehst. Und du nicht Castellator bist. Du hast ein 91 oder J-Russian. Dann schicke mir doch bitte unter diese Folge in den Kommentaren. Nicht per Privatnachricht oder whatever. Sondern bitte unter diese Folge in den Kommentaren einen Link zu deiner Testkammer, die du für mich gebastelt hast. Ich werde sie hinzufügen und irgendwann einmal spielen. Und hier auch veröffentlichen. Dementsprechend. Tue Dinge, mache es. Nicht in die Privatnachrichten. Können, sondern hier unten in die Kommentare. Die sind so in diese Richtung. Da unten. Irgendwie so grob. Und dann kannst du hier in der Videobeschreibung. Jeder klickt drauf, dass ihr News reden und Dinge. So ist das. Ist, wie es ist. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche. Oder halt in einem der anderen Videos. Oder auf Facebook oder Discord oder im Stream oder whatever. Ihr wisst es ja mittlerweile. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winkel, winkel. Ciao. Da gucke ich hin. Da sollte ich hingucken. Und tschüss. Habe ich jetzt auch. Hm. Dann.